Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem ersten. Wir haben schon März 2019, ihr hört die Geek Talk Tele 573 und heute habe ich die folgenden Themen für euch dabei. Kinox.to, Fernbusse, Xiaomi, Frauentag, Coup, Sozumi, Office im Auto und Minderjährige. Ich beginne mit dem ersten Thema. In der Schweiz wurde vor Bundesrecht eine weitere Niederlage eingefahren. Die Swisscom ist auch in Zukunft und somit auch andere Provider nicht für das verantwortlich, was die Kunden so im Internet treiben. Genau gesagt ging es damals darum, dass ein Kunde ein Stream von Kinox.to laufen lassen hat und somit quasi dann nicht legale Filme runtergeladen hat oder eben in der Schweiz schon in Anführungsschlusszeichen legal Filme angeschaut hat, ohne sie zu besitzen. Spannend, spannend, vor allem wie es da weitergeht, auch mit der ganzen Geschichte, die sich da nachziehen wird mit dem Upload-Gesetz, was wir da in Deutschland hatten. Ich bin ja politisch nicht ganz so bewandert, aber diese Dinge machen teilweise Angst. Das war ein kleiner Aufschnaufer. Mal schauen, wie es weitergeht in dem Bereich. Eurobus ist ja seit, ich glaube jetzt in einem circa einem Jahr, auch in der Schweiz tätig. Bis vor kurzem hatte man eine Auslastung von 5 bis 10 Prozent, was natürlich gelinde gesagt bescheiden ist. Dann hat man ein paar Änderungen gemacht von Teilstrecken etc., die gestrichen wurden. Auch die Haltestelle wurden von 36 auf 19 reduziert und das Ganze hat ein bisschen angezogen. Relativ moderat und man ist noch lange nicht da, wo man hin möchte, nämlich bei 50 Prozent, damit sich das Ganze auch trägt und das Ganze auch nachhaltig funktionieren kann. Auch musste Fernbus deutlich investieren hier in der Schweiz, denn in der Schweiz ist es Pflicht per, ich weiss nicht mehr welchem Jahr genau, die Möglichkeit zu bieten, dass auch Leute mit eingeschränkter Mobilität damit fahren können. Somit heisst es, die Busse müssen, oder die neuen Busse sind jetzt zweistöckig und unten kann man ganz einfach mit einem Rollstuhl reinfahren. Es hat zwei Plätze dafür und auch eine Toilette, die rollstuhlgängig ist. Kann man natürlich vom Marketing her als verkaufen, dass man extra dafür schaut. ist, wie gesagt, aber in der Schweiz ein Gesetz, was bald in Kraft tritt und schon ist und somit Pflicht. Xiaomi, ihr kennt ihn sicherlich, den Hersteller aus den asiatischen Ländern, der hat Smartphones bei uns, in der Schweiz jetzt zum Beispiel nicht, außer über den Grauimport, aber in anderen europäischen Ländern im Umlauf, die den SAR-Wert, SAR-Wert ist der Wert, der angibt, wie viele Strahlen aus so einem Telefon rauskommen und was nicht überstiegen werden, genau, ihr wisst, was ich meine, übertreten werden darf. Und ja, nach ersten Tests ist es so, dass das Redmi Note 5 und das Mi Mix 2S deutlich darüber sind. Heißt, wenn ihr solche Geräte im Besitz habt, solltet ihr sie in Alufolie einwickeln oder gleich in Ecken schmeißen. Am 8. März in der kommenden Woche ist der weltweit internationale Frauentag. Dafür bietet unter anderem Apple spezielle Kurse an. Girls Who Can Code zum Beispiel. Was da noch alles mit dabei ist, für Möglichkeiten gegeben sind und warum, wie, drum und alles, haben wir auf daily.geektalk.ch einen Link für euch verbaut. Im letzten Jahr während der IFA wollten wir sie testen. Coop hat sich dann leider nicht ergeben. Ein E-Scooter, der unter anderem in Berlin unterwegs ist. Die kommen jetzt wieder nach Berlin zurück mit einem anderen Preismodell ab 18 Jahre und sonst noch ein paar kleinen Änderungen. Wer Lust hat und in Berlin lebt, sollte sich den Beitrag durchlesen, wer da bald mal in die Ferien geht, auch. E-Roller fahren, also Elektromobilität mit Roller zu geniessen, ist eine spannende Geschichte. Hatten wir ja auch in Barcelona, dazu bald auf Geek Talk TV, ein bisschen mehr dazu. Dann haben wir noch einen interessanten Beitrag, was eigentlich nicht unbedingt eine aktuelle News vom heutigen Tag ist, sondern ein bisschen Geschichte. Wer früher schon mal ein Mac besessen hat, und damit meine ich wirklich früher damals, als sie noch Macintosh hießen, die Classic und auch späteren Performer rechnen, da gab es einen System-Sound, der so Zoom hieß. Wieso das der so heisst und was die Beatles damit zu tun haben. Heute mal nochmals ein Link in den Shownotes, den ihr euch durchlesen sollt, wenn euch das interessiert. Nur so als kleiner Einwurf, let it beep, war und war auch eine Möglichkeit. Ja, mehr möchte ich aber nicht verraten und euch dann noch zwei letzte Neuigkeiten mitbringen. Volkswagen hat ja im letzten Jahr mit Microsoft eine grössere Kooperation eingeschlagen. Die ging ja so weit, dass ein Teil der Entwicklung von Volkswagen auch in die Nähe von Microsoft gebaut wurde, oder verlagert wurde, besser gesagt, nach Seattle. Und da gab man jetzt zum Mobile-Work-Kongress, oder besser gesagt zum Ende des Mobile-Work-Kongress, auch noch erste Daten weiter. Es soll bald so weit sein, dass in den E-Cars von VAUE Skype und Office funktionieren wird. Spannend, spannend, wo die Welt da hingeht. Mit dem autonomen Fahren machen solche Dinge natürlich dann viel mehr Sinn. Der Schutz vor Minderjährigen hat YouTube dazu bewogen, alle Videos im Netz, bei denen Kinder eine einigermassen Hauptrolle spielen, mit einer Kommentarsperre zu versehen. Ich muss nachher gleich mal auf meinen Account, ich meine damit den privaten, nicht der von Poughkeepsie Network, youtube.com slash Poughkeepsie, nachschauen gehen, ob unsere Videos auch schon davon betroffen sind. Wie ist es bei euch? Habt ihr Videos mit und ohne Kinder drauf? Wurdet ihr mit einer Kommentarsperre belegt? Auch sonst zu den ganzen anderen Themen dürft ihr natürlich Feedback geben. Wir würden uns freuen. Sind gespannt. Die ganzen Wege sind euch ja bekannt. Euch noch eine schöne Restwoche. Ich bin mich noch am Erholen vom Mobile World Congress und fleißig am Schneiden. Ja, sie kommen, die Videos, versprochen. In diesem Sinne, euer Poughkeepsie, ein schönes Wochenende. Nächste Woche ist der Aachen wieder für euch da. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.